Hallo liebe Freunde, der leichten Unterhaltung, der Tobi von Music & More für euch heute mit den FGN Neo Classic LS10 und Neo Classic LS20 Oliver Hartmann Signature. Oliver Hartmann ist der Mann von Avantasia, wenn ich nicht irre. Und dafür habe ich mir einen richtig guten Generist ins Studio geholt und zwar ist das der Ben. Hallo Ben. Hallo. Vielleicht stellst du dich in einem kurzen Halbsatz mal selbst schnell vor. Hallo, ich bin der Ben und das reicht auch schon. Wir zeigen euch, wie diese Dinger klingen und blenden euch die Specs ein. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.